Nach Vollendung dieser Arbeiten sah Raphael sich gezwungen, Florenz zu verlassen und nach Urbino zu gehen, wo selbst, da seine Eltern beide gestorben waren, alle seine Angelegenheiten in Unordnung gekommen waren. Während er in Urbino wohnte, malte er für Guido Baldo da Montefeltro, den derzeitigen Feldhauptmann der Florentiner, zwei Madonnenbilder, klein, aber sehr schön, in seiner zweiten Manier. Nachdem Raphael diese Arbeiten vollendet und seine Angelegenheiten geordnet hatte, ging er noch einmal nach Perugia und malte dort für die Kapelle der Anzidei in der Kirche der Serviten eine Tafel, auf der die Madonna, der hallige Johannes der Täufer und Nikolaus dargestellt sind. In San Severo, derselben Stadt, einem kleinen Kloster vom Orden der Camadulensa, arbeitete er in der Kapelle der Madonna ein Fresco, den Christus in der Glorie, Gottvater mit einigen Engeln umher und sechs sitzende Heilige, drei an jeder Seite. Unter dies Werk, das damals als eine sehr gute Frescoarbeit galt, schrieb er seinen Namen mit großen, sehr leserlichen Buchstaben. Auch die Nonnen von San Antonio da Padua in Perugia ließen von ihm eine Tafel malen. Die Madonna hielt auf dem Schoße des Christuskind, das ganz bekleidet ist, wie jene einfachen und frommen Frauen es gerne wollten. Ihr zu Seiten stehen die heiligen Petrus, Paulus, Cecilia und Katharina. Beiden heiligen Jungfrauen gab er die schönsten und lieblichsten Gesichtszüge und den mannigfaltigsten Kopfputz, was damals selten war, den man sich nur denken kann. In einem Halbbogenfeld malte er einen herrlichen Gottvater und auf der Altarstaffel drei Darstellungen mit kleinen Figuren.